Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Montag, dem 30. August 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1072. Heute mit den folgenden Themen. EMUI 12, 3,5 mm, AVM, Maistrom und Netflix. Ich starte gleich bei EMUI in der 12. Version. Dieses ist nämlich Ende der letzten Woche unverhofft aufgetaucht. Normalerweise zeigt Huawei solche Geschichten um den Launch eines neuen Smartphones herum. Dass das aber aktuell ein bisschen pausiert ist, zeigt das P50, welches schon am Harmony OS Event ins Stocken geraten ist, wo der Chef von Huawei gesagt hat, dass das noch ein bisschen dauern wird, bis sie da mehr zeigen können, ausser dem ersten kleinen Bild. Ja, was kann EMUI 12 alles? Das schaut ihr euch am besten auf daily.geektalk.ch oder in eurem Podcatcher des Vertrauens an. Da ist ein Link zu einem Artikel, wo man einen kleinen bisschen Eindruck bekommt. Es schaut auf jeden Fall sehr, sehr schlank und schlicht aus. Gefällt mir persönlich. Weiter geht's mit Google. Die haben nämlich Apple wieder mal aufs Korn genommen. Oder genauer gesagt der ehemaligen Mitarbeiter von Apple, Johnny Ive. Sie haben ein Video gemacht zum kommenden oder aktuellen Pixel 5G Smartphone. Dieses, oder nee, 5A mit 5G Smartphone. So rum. Denn dieses hat einen 3,5 Millimeter Klinkenstecker. Und den haben sie ganz stark beworben mit ganz viel Marketing, bla bla. Ja, es ist ein witziges Video. Und nein, ich werde mir deshalb kein solches Smartphone kaufen. Oder doch? Ich weiss es noch nicht. Ich muss noch weiter mit mir kämpfen. Weiter geht's mit AVM. Die sollen nämlich, in Anführungsschlusszeichen, so wie man im Web sie sieht, ziemlich ruhig und heimlich einen neuen Powerline-Adapter auf den Markt geschmissen haben. Neu und marktgeschmissen ist ein bisschen übertrieben. Kunden, die den normalen bestellt haben, haben einfach einen bekommen, ohne das Wörtchen oder den Buchstaben E am Schluss. Als Beispiel sind in diversen Blogs der Powerline-Adapter 1220 aufgetaucht, der eben jetzt nicht mehr 1220E, sondern 1220 heisst. Optisch wurde er auch ganz dezent, aber nur überarbeitet. Wie es im Inneren ausschaut, wir wissen es nicht. Ich werde bei AVM anfragen und bin gespannt auf die Rückmeldungen. Weiter geht's mit MyStrom. Und die haben ein Update rausgehauen, teilweise auch ein Software-Update, das ein Teil ihrer Produkte Smart Home-fähig macht. Besser gesagt, Smart Home-fähig sind sie ja schon lange. Neu neben Amazon und Google auch Apple Home-Kit-fähig macht. Das Ganze wurde aber anscheinend wieder gestoppt und schuld sollen, und jetzt kommen wir zurück zu der Firma von vorher, AVM mit ihrer Fritzbox sein. Die machen nach ihrer Meinung ein Problem mit dem Verschlüsselungsstandard WPA3, weshalb man eben den Rollout gestoppt hat. Ich bin mal gespannt, wenn meine wenigen Produkte von denen das Update bekommen. Nun ist es aufgetaucht, seit langem in den Medien. Immer wieder geistert rum, dass Netflix das nächste Apple Arcade, Xbox Game Pass oder sonst was in der Richtung werden möchte. In Polen testet Netflix aktuell ihr Spieleangebot. Was ist das Ganze? Kein Streaming, kein eben vorher genanntes, sondern einfach, ja, Link in den Play Store. Auf iOS gibt es das Ganze aktuell noch nicht zu testen, wo man dann sich Stranger Things 1984 oder Stranger Things in der dritten Version als Download runterladen kann und dann spielen kann. Kann man natürlich auch machen, ist dann aber natürlich ein Problem. Denn ich glaube nicht, dass das mit jedem Spiel auf jeder Plattform genau gleich funktioniert. Und vor allem, wie wollen sie das auf die Apple TV, den Cloud, den Google Stick etc. bringen. Wir werden es sehen, ob das einfach mal ein Test war oder ob es da noch andere Absichten gibt von Seiten Netflix. Das war es mit den Neuigkeiten zum Start dieser neuen Woche. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, seid wach, fit und dabei. Und dann, ja, hören wir uns in der nächsten Episode wieder, wenn ihr mögt. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.